Kapitel 19 Vier Wochen waren seitdem vergangen, und Mitte November war heran. Holk hatte sich Kopenhagen eingelebt und nahm Teil an dem kleinen und großen Klatsch der Stadt. Und dachte mitunter nicht ohne Bangen daran, dass in abermals sechs Wochen das eintünige Leben auf Holkenäß wieder in Aussicht stehe. Die Briefe, die von dort eintrafen, waren nicht geeignet, in anderen Sinnes zu machen. Christine, seit sie von der Pensionsreise zurück war, schrieb zwar regelmäßiger und unterließ sogar alle verdrießlichen Betrachtungen, aber eine gewisse Nüchternheit blieb und vor allem der doktrinäre Ton, der ihr nun einmal eigen war. Und gerade dieser Ton mit seiner Beigabe von Unfehlbarkeit war es, wogegen Holk sich innerlich immer wieder auflehnte. Christine war in allem so sicher. Was stand denn aber fest? Nichts, gar nichts. Und jedes Gespräch mit der Prinzessin oder gar mit Ebba war nur zu sehr dazu angetan, ihn in dieser Anschauung zu bestärken. Alles war Abkommen auf Zeit. Alles jeweiliger Majoritätsbeschluss. Moral, Dogma, Geschmack, alles schwankte. Und nur für Christine waren alle Fragen gelöst. Nur Christine wusste ganz genau, dass die Prädestinationslehre falsch und zu verwerfen und die kalvinistische Abendmahlsform ein Affront sei. Sie wusste mit gleicher Bestimmtheit, welche Bücher gelesen und nicht gelesen, welche Menschen und Grundsätze gesucht und nicht gesucht werden müssten. Und vor allem wusste sie, wie man Erziehungsfragen zu behandeln habe. Gott, wie klug die Frau war. Und wenn sie dann wirklich einmal zugab, eine Sache nicht zu wissen, so begleitete sie dies Zugeständnis mit einer Miene, die nur zu deutlich ausdrückte, solche Dinge braucht man auch nicht zu wissen. In dieser Richtung gingen Holks Betrachtungen, wenn er des Morgens von seinem Fenster aus auf die stille Dronningens-Twergarde herniedersah, die, so still sie war, noch immer noch einen lebhaften Verkehr hatte, verglichen mit der einsamen Fahrstraße, die von Schloss Holkenes nach Dorf Holkeby hinüberführte. Und wenn er so sann und dachte, dann klopfte es, und die Witwe Hansen, oder auch wohl die schöne Brigitte trat ein, um den Frühstückstisch abzuräumen, und war es die gesprächige Witwe, so war er ganz ohr bei allem, was sie sagte. Und war es die schweigsame Brigitte, so war er ganz Auge und ihrem Bilde hingegeben. Es lag etwas in diesem Verkehr, dass trotzdem beide Frauen und besonders Brigitte keineswegs interessant waren, unseren Holk doch immer wieder anregte, wenn gleich er in der Hansenfrage längst klar sah und von Geheimnisvollem keine Rede mehr sein konnte. Der Kaiser von Siam war immer unsicherer, der Sicherheitsbeamte dagegen immer sicherer geworden. Alles war genau so, wie Spence erzählt, indessen die D'Ors blieben gewahrt und ebenso die kleinen Aufmerksamkeiten, die beide dem holkschen Geschmack geschickt anzupassen wussten. Und so kam es denn, dass dieser den allmorgendlichen Begegnungen mit Mutter und Tochter mit einer Art Behagen entgegensah, besonders seit er fühlte, dass diese Begegnungen aufgehört hatten, irgendwie gefährlich für ihn zu sein. Ob er sich bewusst war, worin dies Aufhören aller Gefahr eigentlich wurzelte? Vielleicht sah er persönlich nicht klar darin, aber andere sahen nur zu deutlich, dass es Ebba war. In der Politik ging inzwischen alles ruhig seinen Gang. Erst für Anfang Dezember war ein neuer Ansturm geplant, hinsichtlich dessen die Meinung der Prinzessin dahin lautete, das für diesmal, und zwar aus Klugheit, dem Ansturme nachzugeben sei. Im selben Augenblicke, wo Hall gehe, werde das Land auch schon einsehen, was es an ihm gehabt habe. In dieser Ansicht schloss sich der prinzliche Hofen natürlich an, und Holk war eben im Begriff, in eben diesem Sinne an Christine zu schreiben und ihr die staatsmännische Bedeutung Hals auseinanderzusetzen, als Penz eintrat. Nun, Penz, was gibt mir so früh schon die Ehre? Große Neuigkeit. Louis Napoleon tot? Wichtiger. Nun, dann muss das Tivoli abgebrannt, oder die Nielsen katerallisch affiziert sein. Es hält sich zwischen beiden. Wir gehen morgen nach Friedrichsborg. Wir? Wer sind wir? Nun, die Prinzessin und alles, was ihr zugehört. Und morgen schon. Ja, die Prinzessin ist nicht für Halbheiten, und wenn sie etwas vorhat, so müssen Plan und Ausführung womöglich zusammenfallen. Ich bekenne, dass ich lieber hier geblieben wäre. Sie kennen Friedrichsborg noch nicht, weil sie sich als dänischer Kammerherr der Aufgabe, dänische Schlösser nicht kennenzulernen, mit einer merkwürdigen Nachhaltigkeit unterzogen haben. Und weil sie Friedrichsborg nicht kennen, so können sie es drei Tage lang dort aushalten, oder im Studium von allerlei Krimskrams, von Perückenbildern und Runensteinen, auch wohl drei Wochen lang. Denn es gibt manches derartige da zu sehen. Einen Elfenbeinkamm von Thürer Ndannebut, einen Habischel Adachinoas von Gorm dem Alten und einen eigentümlich geformten Backenzahn, in Betreff dessen die Gelehrten sich streiten, ob er von König Harald Blauzahn oder von einem Eber der Alluvialperiode herstammt. Ich persönlich bin für das Erstere. Denn weil es heißt Eber, Eber ist eigentlich gar nicht, schon deshalb nicht, weil die historische Notiz im Katalog immer die Hauptsache bleibt und über einen Eber meistens nur sehr wenig, über einen halb sagenhaften Seekönig, aber sehr viel zu sagen hat. Ich bin Ihres Interesses für derlei Dinge ziemlich sicher und als Genealoge werden Sie die Harald Blauzahn'sche Verwandtschaftsgrade zu Rachner Lottbrock oder vielleicht sogar zu Rolf Krake feststellen können. Also für Sie, Holk, ist am Ende gesorgt. Aber was mich angeht, ich bin nun mal mehr für Lucille Grahn und für Vincent und, wenn es nicht anders sein kann, selbst für eine ganz alltägliche Harlekin-Pantomime. Glaub's, lachte Holk. Ja, Sie lachen, Holk. Aber wir sprechen uns wieder. Ich redete da vorhin was von drei Wochen. Nun ja, drei Wochen mögen gehen, aber sechs und richtig gerechnet beinahe sieben, denn die Prinzessin schenkt einem keine Stunde und hat kein Fiduzid zum neuen Jahr, wenn sie das alte nicht in Friederiksborg zu Grabe geläutet hat. Sieben Wochen, sag ich, das ist mutmaßlich auch für Sie zu viel. Trotzdem passt der Schleppegrill ein Charakter und sein Schwager Dr. B. eine komische Figur ist. Missverstehen Sie mich übrigens nicht. Ich weiß recht gut, was ein Charakter und noch mehr, was eine komische Figur unter Umständen wert ist. Aber für sieben Wochen ist das alles zu wenig. Und wenn es nicht schneit, so regnet es, und wenn Regen und Schnee versagen, so stürmt es. Ich habe schon viele Windfahnen quietschen und viele Dachrinnen und Blitzerbleiter klappern hören. Aber solch Geklappe wie in Friederiksborg gibt es nirgends mehr in der Welt. Und hat man Glück, so spukt es auch noch, und ist es keine tote Prinzessin, so ist es eine lebendige Kammerfrau oder eine Hofdame mit wasserblauen Stechaugen. Ach, Penz, dass Sie nichts sprechen können, ohne dem armen Fräulein einen Tort anzutun, denn die Hofdame mit den Stechaugen, das soll doch natürlich die Rosenberg sein, wären sie nicht 65 und wüsste ich nicht, dass sie zu anderen Göttern schwüren. Ich glaubte wahrhaftig, sie wären in Ebba verliebt. Das überlasse ich anderen. Erichsen, versteht sich, Erichsen. Und er lachte herzlich. Tags darauf, gerade um die Mittagsstunde, hielten zwei Wagen vor dem Palais der Prinzessin, deren Dienerschaft mitsamt dem Gepäck schon eine Stunde vorher, und zwar unter Benutzung der nach Helsingöhe fahrenden Eisenbahn, aufgebrochen war. Man verteilte sich in den zwei Wagen, wie damals auf der Rückfahrt von der Eremitage her. Im ersten Wagen saß die Prinzessin mit der Schimmelmann und Ebba, im zweiten die drei Herren. Es war ein sonnenloser Tag und graue, mächtige Wolkenmassen zogen am Himmel hin. Aber der Ton, den diese Wolkenmassen der Landschaft gaben, ließ den Reiz derselben nur um so größer erscheinen. Und als man den Furesee, der etwas halber Wege war, an seinem Ufer hin passierte, hob sich Ebba von ihrem Sitz und konnte sich nicht satt sehen an der stahlfarbenen, leisgekräuselten Fläche, die die drüber hinfliegenden Möwen mit ihren Flügeln fast berührten. Das Ufer stand in dichtem und weit in den See hineinwachsenden Schilf und nur dann und wann kamen Weiden, deren blätterlose Zweige bis tief herabhingen. An der anderen Seite des Sees aber zog sich ein dunkler Waldstrich, darüber ein Kirchturm aufragte. Dazu tiefe Stille, nur unterbrochen, wenn aus dem Walde ein vereinzelter Schuss fiel oder das Gerassel des auf tausend Schritt Entfernung vorüberfahrenden Eisenbahnzuges hörbar wurde. Ebba machte diese Fahrt zum ersten Mal. »Ich kenne den Süden nicht«, sagte sie, »aber er kann nicht schöner sein als das hier. Alles wirkt so geheimnisvoll, als berge jeder Fußbreit Erde eine Geschichte oder ein Geheimnis. Alles ist wie Opferstätte, Gewesene oder vielleicht auch noch Gegenwärtige, und die Wolken, die so grotesk darüber hinziehen? Es ist, als wüssten sie von dem allen.« Die Prinzessin lachte, »dass ich ein so romantisches Fräulein um mich habe. Wer hätte das gedacht? Meine gute Rosenberg mit oceanischen Anwandlungen oder, um ein Wortspiel zu wagen, meine Ebba auf Edda wegen.« Ebba lächelte, weil sie sich in ihrer romantischen Rolle selber ein wenig fremd vorkommen mochte. Die Prinzessin aber fuhr fort. Und das alles schon angesichts dieses Furesees, der doch eigentlich nur ein See ist wie hundert andere. Was steht uns da noch bevor, wenn wir erst in Fredericksburg an unserem Reiseziel sein werden, den Esromsee zu rechten und den Arresee zu linken, den großen Arresee, der schon Verbindung hat mit dem Kattegat und dem Meer. Und er friert auch nie zu, die Schmalungen und die Buchten abgerechnet. Aber was spreche ich von den Seen? Die Hauptsache bleibt doch immer das Schloss selbst, mein liebes, altes Fredericksburg, mit seinen Giebeln und Türmen und seinen hundert Wunderlichkeiten an jedem Tragstein und Kapitellen. Und wo sich andere Schlösser mit einem einfachen Abzugsrohr begnügen, da springt in Fredericksburg die Dachrinne zehn Fuß weit vor und an ihrem Ausgange sitzt ein Basilisk mit drei Eisenstäben im weit geöffneten Rachen. Und an den Stäben vorbei schießt das Wasser auf den Schlosshof. Und wenn dann das Wetter wechselt und der Vollmond blank und grell darüber steht und alles so unheimlich still ist und das ganze höllische Getier aus allen Ecken und Vorspringen einen anstarrt, als ob es bloß auf seine Zeit warte, da kann einem schon ein Grusel kommen. Aber dieser Grusel ist es gerade, der mir das Schloss so lieb macht. Ich dachte, Fredericksburg wäre eines von den guten Schlössern, ein Schloss ohne Spuk und Gespenster, weil ohne Blut und Mord und vielleicht überhaupt ohne große Schuld und Sünde. Nein, da hoffst du mehr, als dir mein schönes Fredericksburg erfüllen kann, ohne Blut und Mord. Das möchte sein, aber ohne Schuld und Sünde. Meine liebe Ebber, was lebt 200 Jahre ohne Schuld und Sünde? Mir schwebt gerade nichts vor nichts, wo man schaudert und klagt, aber an Schuld und Sünde wird's nicht gefehlt haben. Ich möchte doch beinahe hier widersprechen dürfen, gnädigste Prinzessin, sagte hier die Schimmelmann. Ebber, denke ich, hat recht, wenn sie von einem guten Schloss spricht. Unser liebes Fredericksburg ist doch eigentlich nur ein Museum, und ein Museum, denke ich, ist immer das Allerunschuldigste. Was es gibt, lachte die Prinzessin, ja, das sagt man und ist wohl auch die Regel, aber es gibt auch Ausnahmen, Altar, Sakristei, Grab und natürlich auch Museum. Alles kann entheiligt werden, alles hat seine Sakrilegien erlebt. Und dann bleibt auch immer noch die Frage, was ein Museum alles beherbergt und aufweist. Da gibt es oft wunderliche Dinge, von denen ich nicht sagen möchte, sie seien unschuldig, oder zumindest sind sie trüb und traurig genug. Als ich noch eine junge Prinzessin war, war ich einmal in London und habe da das Weil gesehen, womit Anna Boulin hingerichtet wurde. Das war auch in einem Museum, freilich im Tower, aber das ändert nicht viel. Museum ist Museum. Im Übrigen, wir wollen unserer lieben Ebber nicht unser schönstes Schloss verleiten, unser schönstes und mein Lieblingsschloss dazu, denn ich habe durch viele Jahre hin immer gute Tage darin verlebt. Und wie es auch sein mag, gruselig und gespenstig, oder nicht, du, liebe Ebber, sollst es wenigstens sicher darin haben, denn ich habe mich für deine Unterbringung im Turm entschieden. Im Turm? Allerdings im Turm, aber nicht in einem Turm mit Schlangen, denn unter dir wird dein schwedisches Mädchen wohnen und über dir Holk. Ich denke, das wird dich beruhigen und jeden Morgen, wenn du ans Turmfenster trittst, hast du den schönsten Blick auf See und Stadt und auf den Schlosshof und alles, was ihn umgibt. Und wenn sich meine Wünsche erfüllen, so sollst du glückliche Stunden in deinem Turmverlies verleben. Ich weiß auch schon, was ich dir als Juhlklub beschere. Während sie noch so sprachen, waren sie bereits bis weit über die Nordostecke des Furesees hinaus und näherten sich auf der fast geradlinigen Chaussee, deren Ebereschenbäume hier und da noch in roten Fruchtbüscheln standen, mehr und mehr dem Ziel ihrer Reise Schloss Friedrichsborg. Was zunächst sichtbar wurde, war freilich nicht das Schloss selbst, sondern das dem Schlosse vorgelegene Städtchen Hilleröd. Und als sie bis dicht heran waren und schon zwischen den Mühlen und Scheunen des Städtchens hinfuhren, begann ein schwaches Schneetreiben. Aber eine Brise, die sich plötzlich aufmachte, vertrieb die Schneeflocken wieder und als der Wagen der Prinzessin auf den Hilleröder Marktplatz hinauffuhr, klärte sich's mit einem Male auf und ein Stück blauer Himmel wurde sichtbar, darunter ein verblassenes Abendrot. Inmitten dieses Abendrots aber stand das hohe, turmreiche Schloss Friedrichsborg und spiegelte sich still und märchenhaft in einem kleinen, vorgelegenen See, der den schmalen Raum zwischen dem Städtchen und dem Schloss ausfüllte. Hinter dem Schlosse lag der Park, der mit einigen vorgeschobenen Bäumen von links und rechts hier bis an den See herantrat, herrliche Platanen, deren vom Herbstwind abgeschüttelte Blätter zahlreich auf der stillen Seefläche trieben. Inzwischen war auch der zweite Wagen herangekommen und Holk, der sich, weil auf Landfahrten alles erlaubt sei, wohlweislich den Platz neben dem Kutschersitz gewählt hatte, sprang jetzt herab, um an den Wagenschlag der Prinzessin zu treten, und ihr auszusprechen, wie ländlich idyllisch dieser Marktplatz und wie schön der Anblick des Schlosses sei. Worte, die der Prinzessin sichtlich wohltaten und einer gnädigen Antwort gewiss gewesen wären, wenn nicht im selben Augenblicke von einem dem Platze zunächst gelegenen Hause her ein anderer Herr ebenfalls an den Wagenschlag der Prinzessin herangetreten wäre. Dieser andere war Pastor Schleppegrill von Hilleröth, ein stattlicher Fünfziger, der seine Stattlichkeit durch seinen langen Predigerrock noch um ein erhebliches gesteigert sah. Er küßte der Prinzessin die Hand, aber mit mehr Ritterlichkeit als Devotion und betonte dann seine Freude, seine Gönnerin wiederzusehen. Sie wissen, dass es ohne sie nicht geht, sagte die Prinzessin, und ich habe hier auf ihrem immer noch entsetzlich zugigen Marktplatz, denn es weht wieder von allen vier Seiten her, loshalten lassen, um mich ihres Besuches, und zwar für heute Abend noch, zu versichern. Aber ich vergesse, die Herren miteinander bekannt zu machen, Pastor Schleppegrill, Graf Holk. Beide verneigten sich. Und seien Sie, lieber Pastor, bei Geduld und guter Laune. Graf Holk ist übrigens Genealog, also Bruchstück eines Historikers, und wird Ihnen als solcher und als ein vorzüglicher Frager, der er ist, Gelegenheit zu gelehrter Unterhaltung bieten. Denn man unterhält sich am besten, wenn man gefragt wird und antworten kann. Dass ich selber neugierig bin, wissen Sie, für etwas Besseres mag ich meine Fragelust nicht ausgeben. Und bringen Sie die liebe Frau mit. In Hilleroth und Fredericksburg schmeckt mir der Tee nur, wenn ihn mir meine liebe Freundin aus dem Pastorhause präsentiert. Ja, Ebba, das ist nun einmal so. Darin musst du dich finden und darfst nicht eifersüchtig sein. Aber ich ertappe mich wieder auf einer zweiten Unterlassungssünde, Pastor Schleppegrill, Fräulein Ebba von Rosenberg. Der Pastor begrüßte das Fräulein, und versprach nicht nur zu kommen, sondern auch seine Frau mitzubringen, und gleich danach setzte sich die Fahrt von Marktplatz aus, nach dem Schlosser hinfort, nachdem Holk, der Aufforderung der Prinzessin gehorchend, für die verbleibende kurze Strecke, den Rücksitz des Wagens eingenommen hatte. Hier saß er neben Ebba, der Schimmelmann gegenüber, und fühlte sich angeregt genug, um noch den Versuch, einer Konversation zu machen. Pastor Schleppegrill hat etwas Imponierendes in seiner Erscheinung, und dabei doch eine Gemütlichkeit, die das Imponierende wieder dämpft. Ich habe wenig Menschen so ruhig und so sicher mit einer Prinzessin sprechen sehen. Ist er ein Demokrat, oder ein Dissenter-General? Nein, nein, lachte die Prinzessin, Schleppegrill ist kein Dissenter-General, aber er ist freilich der Bruder eines wirklichen Generals, der Bruder von General Schleppegrill, der bei Itstadt fiel. Vielleicht zu rechter Zeit, denn Demeser übernahm das Kommando. Ah, sagt Dogg, also daher. Nein, lieber Holk, auch nicht daher. Ich muss leider noch einmal widersprechen. Das, was Sie seine Sicherheit nennen, hat einen ganz anderen Grund. Er kam mit 20 Jahren an den Hof, als Lehrer, sogar als Religionslehrer, verschiedener junger Prinzessinnen, und das andere können Sie sich denken. Er hat zu viele junge Prinzessinnen gesehen, um sich durch alte noch imponieren zu lassen. Übrigens sind wir ihm und seiner klugen Zurückhaltung zu großem Danke verpflichtet, denn es lag dreimal so, dass er, wenn er gewollt hätte, jetzt mit zur Familie zählen würde. Schleppegrill war immer sehr verständig. Nebenher habe ich nicht den Mut, den Prinzessinnen von damals einen besonderen Vorwurf zu machen. Er war wirklich ein sehr schöner Mann, und dabei christlich und ablehnend zugleich. Da widerstehe, wer mag. Holk erheiterte sich. Ebba mit ihm, und selbst über die Züge der Schimmelmann ging ein Lächeln. Man sah, die Prinzessin war in bester Stimmung und nahm es als ein gutes Zeichen für die Tage, die bevorstanden. Und während man noch so plauderte, fuhr der Wagen über ein paar schmale Brücken in den Schlosshof ein und hielt gleich danach vor dem Portale von Fredericksburg. Kapitel 20 Dienerschaften mit Windlichtern warteten schon und schritten voran, als die Prinzessin die Breite vom ersten Podest an doppelarmige Treppe hinaufstieg, um oben ihre nicht allzu zahlreichen Gemäche in dem von zwei Türmen flankierten Mittelteil des Schlosses zu beziehen. Diese Türme standen in zwei scharfen Ecken, die durch die vorspringenden Seitenflügel gebildet wurden, zwischen denen wiederum eine die Verbindung herstellende Kolonnade lief. Auf dem ersten Podest, und zwar auf einem da selbst aufgestellten kleinen Rokoko-Kanapé, nahm die Prinzessin, asthmatisch wie sie war, einen Augenblick Platz und entließ dann die Herren und Damen ihres Gefolges mit der Aufforderung, sich's in ihren Turmzimmern nach Möglichkeit bequem zu machen. Um sieben, so setzte sie zu Holpgewand hinzu, sei wie gewöhnlich die Teestunde. Pastor Schleppe-Grell und Frau kämen allerdings etwas früher, um ihr die Hilleröder Neuigkeit mitzuteilen, worauf sie sich aufrichtig freue. Kleinstädtische Vorgänge seien eigentlich immer das Interessanteste, man müsse so herzlich darüber lachen. Und wenn man alt geworden sei, das Lachen über seine lieben Mitmenschen so ziemlich das Vergnüglichste, was man haben könne. Nach diesen gnädigen Worten trennte man sich und eine halbe Stunde später konnte jeder, der über den Schlosshof ging, deutlich erkennen, welche Zimmer von den Neuangekommenen bezogen worden waren. In dem von der Prinzessin selbst bewohnten ersten Stockwerke des Cors de Logie sah man nur zwei hohe gotische Fenster schwach erleuchtet, während die beiden flankierenden Türme bis hoch hinauf in hellem Lichterglanze standen. Im Wesentlichen war alles bei den ersten, von der Prinzessin gegebenen, Anordnungen geblieben. Unten wohnten die Dienerinnen, in der ersten Etage die beiden Hofdamen, über der Schimmelmann Penz und Erichsen und über Ebber Holk. Sieben Uhr rückte heran, die Schlossuhr schlug halb, als das schleppegreltsche Ehepaar eine Magd mit einer Laterne vorauf von Hilleröth her über den Schlosshof kam. Bald danach rüstete sich auch Holk. Unten im Flur des von ihm bewohnten Rechtsturmes traf er Ebbers Jungfrau und beinahe Freundin Karin, eine Stockholmerin, von der er fuhr, dass das Fräulein schon bei der Prinzessin sei. Der noch zurückzulegende Weg an der halben Front des Hauptgebäudes hin war nur kurz und als Holk eine Minute später die Treppe hinauf war, so trat er in eine hohe Halle, die, solange sich die Prinzessin in Fredericksburg aufhielt, als Empfangs- und Gesellschaftszimmer diente. Nach dem Schlosshof, wie rückseitig nach dem Park hin, hatte diese Halle nur eine schmale Front, trotzdem war es ein großer Raum, weil er an Tiefe ersetzte, was ihm an Breite abging. In der Mitte der einen Längswand befand sich ein hoher Renaissance-Kamin und über demselben ein überlebensgroßes Bildnis König Christians IV. der Schloss Friedericksburg seinerzeit sehr geliebt und diese Halle, ganz wie jetzt die Prinzessin, allen anderen Räumen im Schlosse vorgezogen hatte. Links neben dem Kamine standen Körbe, teils mit großen Holzscheiten, teils mit Tannäpfeln und Wacholderzweigen gefüllt. Während zu Rechten außer einem mächtigen Schüreisen ein paar Kienfackeln lagen, die den Zweck hatten, spätabends beim Aufbruch über die dunklen Korridore hin, den Gästen zu leuchten. Alles in der Ausschmückung der Halle war noch halb mittelalterlich wie die Halle selbst, über deren Paneelen des König Christians Porträts über dem Kamine zu geschweigen, große, stark nachgedunkelte Bilder sichtbar wurden. Weit zurück stand ein Schenktisch. Die sonst üblichen hohen Stühle fehlten und statt ihrer war eine Anzahl moderner Foteuys um die Feuerstelle herum gruppiert. Holk schritt auf die Prinzessin zu, verbeugte sich und sprach ihr aus, wie schön er die Halle fände. Darin müsse sich ein wunderbares Julfest feiern lassen. Alles sei da nicht bloß große Kienfackeln, sondern auch Tannäpfel und Wacholder. Die Prinzessin antwortete, dass sie solche Feier auch vorhabe. Weihnachten in Fredericksburg sei ihr der beste Tag im Jahr. Und nachdem sie noch ein paar weitere Worte gesprochen und schon für den nächsten Tag eine Art Julfurfeier angekündigt hatte, forderte sie die Frau Pastorin Schleppe grell auf, an ihrer Seite Platz zu nehmen. Die Pastorin war eine kleine, dicke Frau mit aufgesetztem schwarzen Scheitel und roten Backen, überhaupt von großer Unscheinbarkeit, aber nie darunter leidend, weil sie zu den Glücklichen gehörte, die sich gar nicht mit sich selbst und am wenigsten mit ihrer äußeren Erscheinung beschäftigten. Ebba hatte dies gleich herausgefühlt und eine Vorliebe für sie gefasst. Wird es Ihnen nicht schwer, liebe Frau Pastorin, so wandte sie sich an diese, sich einen ganzen Abend lang von ihren Kindern zu trennen? Ich habe keine, sagte dies und lachte dabei so herzlich, dass die Prinzessin fragte, was es eigentlich sei. Da gab es denn eine allgemeine Heiterkeit, in die schließlich auch Schleppe grell mit einstimmen musste, trotzdem er sich, weil ihn die Komik in erster Reihe mittraf, ein wenig unbehaglich dabei fühlte. Holck, dies wahrnehmend, hielt es für seine Pflicht, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben und fragte leicht und wie von ungefähr nach dem Porträt über dem Kamin. Ich sehe, dass es König Christian ist, wo begegnete man ihm nicht und so kann von einem besonderen Interesse kaum die Rede sein, aber desto mehr interessiert mich die Frage, von wem es herrührt. Ich würde einen Spanier vermuten, wenn ich nur wüsste, dass wir jemals einen spanischen Maler in Kopenhagen gehabt hätten. Schleppe Grell wollte Rede stehen, aber Ebber schnitt ihm das Wort ab und sagte, das geht nicht, dass wir, wenn nun mal über Kunst und Bilder gesprochen werden soll, mit einem Bildekönig Christians beginnen, auch wenn es wirklich von einem Spanier herrühren sollte, was ich bezweifeln möchte, genauso wie Graf Holck, mit dem ich mich wenigstens in Kunstsachen öfters zusammenfinde. Lassen wir also den unvermeidlichen König, ich meinerseits, erführe lieber, und dabei zeigte sie nach der Wand gegenüber, wer die beiden da sind, der Alte mit dem Spitzbart und die vornehme Dame mit der weißen Kapuze. Der mit dem Spitzbart ist Admiral Harluf Trolle, derselbe, von dem unser König Frederick II. dies Schloss hier in Kauf oder Tausch nahm und es dann Fredericksburg taufte nach seinem eigenen Namen. Von dem alten Schloss blieb kein Stein auf dem anderen und nichts wurde mit herübergenommen als diese Schildereien hier rechts und links, die den großen Seesich bei Oehland und der Admiral Harluf Trolle verherrlichen und mit den Schildereien zugleich die dazwischenhängenden Bildnisse von Harluf Trolle selbst und von Brigitte Goje, seiner Eheliebsten, die wegen ihrer protestantischen Frömmigkeit fast noch gefeierter war als ihr Gemahl. Was, wenn sie wirklich so fromm war, niemanden überraschen darf, sagte Pence mit Emphase, denn so gewiss es mir ist, dass Schauspielerinnen und Fürstengeliebte die populärsten Erscheinungen sind, gleich nach ihnen kommen die Frommen und mitunter sind sie sogar um einen Schritt voraus. Ja, mitunter, lachte Ebba, mitunter, aber selten. Und nun, Pastor Schleppegrill, was ist es mit dieser herrlufttrollischen Seeschlacht? Ich fürchte zwar, dass sie gegen meine lieben Landsleute die Schweden geschlagen wurde, jedenfalls aber den Kostümen nachzuschließen in einer vorrosenbergschen Zeit und so sehe ich denn meinen Patriotismus nicht allzu direkt herausgefordert über die Seeschlachten. Seeschlachten sind immer etwas, wo Freund und Feind gleichmäßig ertrinken und ein wohltätiger Pulverdampf über allem derart ausgebreitet liegt, dass ein Plus oder Minus an Toten, was man dann Sieg oder Niederlage nennt, nie festgestellt werden kann und nun gar hier, wo wir zu dem Pulverdampf auch noch die dreihundertjährige Nachdunkelung haben. Und doch, sagte Holk, scheint mir noch alles leidlich erkennbar und wenn wir nachhelfen, aber freilich, wo das nötige Licht dazu hernehmen. Oh, hier, sagte die Prinzessin und wies auf die Stelle, wo die Kienfackeln lagen. Es wird etwas Blag geben, aber das steigert nur die Illusion und wenn ich mir dann sage, dass unser Pastor und Cicerone vielleicht seinen guten Tag hat, so werden wir die Seeschlacht nochmal wie miterleben. Also, schleppe Grell, ans Werk und tun ihr Bestes, das sind wir einem Historiker vom Rangeholz schuldig und vielleicht bekehren wir ihn auch noch aus dem Schleswig-Holsteinismus in den Dannismus hinüber. Alles stimmte zu, während Pence mit zwei Fingern einen leisen Beifall klatschte. Schleppe Grell aber, der Bilderkustode von Passion war, nahm eine der großen Kienfackeln und fuhr damit, nachdem er sie angezündet, über die linke Bildhälfte hin, auf der man nun in düsterer und doch greller Beleuchtung die Segel zahlloser Schiffe, Flaggen und Wimpel und vergoldete Galleons, dazu die weißen Wogenkämme, nichts aber von Schlacht und Pulverdampf erkennen konnte. Das ist doch aber sicher keine Schlacht, sagte Ebba. Nein, aber die Vorbereitung dazu, die Schlacht kommt erst, die Schlacht ist an der anderen Seite, gleich rechts neben der Brigitte Goye. Ah, sagte Ebba, ich verstehe, ein Doppelschlachtbild, Anfang und Ende, nun, ich bin Auge und Ohr und immer, wenn ihr Kinspan an dem Schiffe vorbeifährt, darauf Herr Luft Trolle kommandiert, dann muss ich bitten, ihm oder auch mir, eine Viertelminute zu gönnen, damit ich ihm Reverenz machen und mir sein Bild auch mitten in der Schlacht einprägen kann. Das wird ihr nicht glücken, Ebba, sagte die Prinzessin, Herr Luft Trolle steckt viel zu sehr im Pulver qualm oder ist in der Nachdunklung untergegangen und du musst dir an seinem regelrechten Porträt da genug sein lassen. Aber nun beginnen sie Schleppegrill und treffen sie es im Maß, nicht so kurz, dass es nichts ist und nicht so lang, dass wir uns ängstlich ansehen. Holk ist ein Kenner, Gott sei Dank einer von denen, die den Erzähler nicht befangen machen. Er weiß, Kunst ist schwer. Unter diesen gnädigen Worten war Schleppegrill wieder an den Kreis, der um den Kamin versammelten herangetreten und sagte, gnädigste Prinzessin befehlen und ich gehorche. Was wir da sehen oder vielleicht auch nicht sehen, unterwies auf die zweite, nicht einmal vom Widerschein des Feuers getroffene Hälfte des großen Wandbildes, was wir da sehen, ist der entscheidende Moment, wo der Makellos in die Luft fliegt. Der Makellos? Ja, der Makellos. Das war nämlich das Admiralschiff der Schweden, die gerade damals, trotz ihres irrsinnigen Königs, denn es waren die Tage von König Erich dem 14. auf der Höhe ihrer Macht standen und gegen die Schweden und ihre Flotte, die sehr stark und überlegen war und neben dem Makellos auch noch andere große Schiffe hatte, gegen diese schwedische Flotte, sag ich, gingen die Unsrigen unter Segel und der, der sie kommandierte, war unser großer Herrluft Trolle und als sie aus der Köje Bucht heraus und auf hoher See waren, segelten sie scharf östlich auf Bornholm zu, wo Herrluft Trolle die schwedische Flotte vermutete. Die lag aber nicht mehr bei Bornholm, sondern vor Stralsund unter Admiral Jakob Bage und kaum das Jakob Bage vernommen, dass die Dänen ihn suchten, so gab er auch schon sein Ankergrund vor nordöstlich, um sich dem Feinde zu stellen und kurz vor Öland trafen beide Flotten aufeinander und eine dreitägige Schlacht, wie sie die Ostsee noch nicht gesehen hatte, nahm ihren Anfang und am dritten Tage war es, als ob der Sieg den Schwedischen zufallen solle. Da rief Herrluft Trolle, dessen eigenes Schiff übel zugerichtet war, seinen Unteradmiral Otto Ruth heran und gab ihm Befehl, es koste was es wolle, den Makellos zu entern und Otto Ruth war es auch zufrieden und fuhr an den Feind, aber kaum, dass sein Schiff, das nur klein war, die Entehaken geworfen hatte, so ließ Admiral Jakob Bagge das ganze Segelwerk des Makellos beisetzen, um so mit fliegelnden Segeln das kleine dänische Schiff, das sich an ihn gehängt hatte, mit in die schwedische Flotte hineinzureißen. Das war ein schwerer Augenblick für Otto Ruth, aber er ließ von dem Sturm auf die Enderbrücke nicht ab und als etliche von den unseren drüben waren, schoss einer eine Feuerkugel in die Rüstkammer und als das Feuer das ausbrach, auch die Pulverkammer ergriff, ging der Makellos mit Freund und Feind in die Luft und Klaus Flemming übernahm das Kommando der Schwedischen und führte den Rest der Flotte nach Stockholm hin zurück. Eine kurze Pause folgte, dann sagte Holk, der eigentliche Held der Geschichte scheint mir aber Otto Ruth zu sein, indessen ich will nicht darüber streiten, Herrluft Trolle wird wohl auch sein Teil getan haben und ich möchte nur noch fragen, was wurde aus ihm und wie war sein Ende? Wie sich ziemt, er starb das Jahr darauf an einer in einer Seeschlacht hart an der Küste von Pommern erhaltenen Wunde. Die Wunde war an sich nicht tödlich, aber es war jener merkwürdige Krieg, wo jeder, der eine Wunde davontrug, schwer oder leicht, an dieser Wunde sterben musste, so wenigstens steht es in den Büchern. Penz sprach von vergifteten Kugeln, aber Ebber wies das zurück, Schweden sei kein Giftland und wollte nach so viel Heldischem lieber etwas von Brigitte Goje hören, von der Pastor Schleppe Grell ja ohnehin schon gesagt habe, dass sie fast gefeierter gewesen sei, als ihr Seeheld und Gemahl. Ich sehe nicht ein, warum wir uns immer um die Männer oder gar um ihre Seeschlachten kümmern sollen. Die Geschichte der Frauen ist meist viel interessanter und vielleicht auch in diesem Falle. Was war es mit dieser Brigitte? Sie war sehr schön. Das scheint im Namen zu liegen, sagte Ebber und sah zu Holk hinüber, aber Schönheit bedeutet nicht viel, wenn man tot ist. Und wurde durch eben ihre Schönheit die Stütze der neuen Lehre, so dass einige sagen, ohne Brigitte Goje wäre Dänemark in der papistischen Finsternis geblieben. Schrecklich! Und wie kam es anders? Es war die Zeit der Befehlungen um Glaubenswillen und unserem um diese Zeit schon in der neuen Lehre stehenden Volke standen der dänische Adel und die dänische hohe Geistlichkeit gegenüber, vor allem Joachim Rönnow, Bischof von Roskilde, der den Brand Austreten und die kleineren und ärmeren lutherischen Geistlichen, so viel ihrer auch schon waren, aus dem Lande jagen wollte. Da trat Brigitte Goje vor den Bischof hin und bat für die bedrängten Lutherischen und dass sie bleiben dürften und weil ihre Schönheit den Bischof rührte, so nahm er den Befehl zurück und sein Herz und seine Seele waren so getroffen, dass er bei Mogen Goje dem Vater Brigittens um ihre Hand warb und sie zu seinem Weibe machen wollte. Nicht möglich, sagte die Prinzessin, ein katholischer Bischof. Schleppe grell lächelte, vielleicht, dass er aus der neuen Lehre dies eine wenigstens mit herüber nehmen wollte, just so wie die drüben in England. Jedenfalls aber haben wir Berichte, die von der Werbung um das schöne Fräulein mit einer Ausführlichkeit sprechen, als ob es schon die Hochzeitsfeierlichkeiten gewesen wären. Und kam es nicht dazu? Nein, es zerschlug sich und sie nahm schließlich den Herr Luft Rolle. Da tat sie recht, nicht wahr, Ebba? Vielleicht, gnädigste Prinzessin, vielleicht auch nicht, ich bin eigentlich nicht für Bischöfe, wenn es aber Ausnahme Bischöfe sind, wie dieser von Roskilde, so weiß ich nicht, ob sie nicht im Range noch über die Seehelden gehen. Ein Bischof, darin liegt, auch etwas Versöhnliches und scheint mir fast die ganze Beilegung des Kirchenstreites zu bedeuten. Die kleine Pastorsfrau war entzückt und näherte sich Ebba, um diese eine kleine Liebeserklärung ins Ohr zu flüstern. Aber ehe sie dazu kommen konnte, veränderte sich die Szene, gedeckte Tische wurden durch eine niedrige, ganz im Hintergrunde befindliche Seitentür hier zugetragen und als gleich danach auch doppelarmige, mit Lichtern reich besetzte Leuchter aufgestellt wurden, erhellte sich die bis dahin ganz im Dunkel gelegene zweite Hälfte der Halle, was nicht bloß dem gesamten Raume, sondern vor allem auch dem großen Wand Bilde, samt den dazwischen eingelassenen Porträtbildnissen erheblich zustatten kam. Pence war es, der zuerst diese Wahrnehmung machte. Sehen Sie, Holk, wie Brigitte Goyer lächelt, alle Brigitten haben so was Sonderbares, auch wenn sie fromm sind. Holk lachte. Die Tage, wo solche Bemerkungen ihn hätte verlegen machen können, lagen zurück.